Zwei Brüder auf einer historischen Mission. Zwei Helden und ihr größtes Abenteuer. Stell dir vor, ich habe eine kennengelernt. Ihr Name ist Annette und morgen ist die Hochzeit. Eine Reise ins Ungewisse. Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl. Exzesse an der Wall Street. Eine bedrohte, fremde Welt. Und das alles in einem einzigen Film. Wir haben lange auf euch gewartet. Servus. Servus. Sag mal, Spuki, hast du deine Globulus dabei? Nur Rescue-Tropf. Geil! Snusen. Red Asch! Fins! Was ist? Immer angegriffen? Fünfzehn Jahre lang habe ich meine Ruhe gehabt. Kaum kommst du daher, geht's wieder raus. Ich denke, er hat genug Django. Allein für den Text könnte man wieder ordentlich die Frische poliert. Oh mein Gott, was ist das? Gustav, Gust-Gustav, Jo-Jo-Pa-Öl. Nach Der Schuh des Manitou und Traumschiff-Surprise-Periode 1. Ein Stiefmütterchen. Die neue Kinokomödie von Michael Bulli-Herbeck. Glaubt ihr nicht auch so leichte Schwindelgefühle? Da musst du Bachbrücken nehmen. Na, da brauch ich doch was, Herr Therese. Bulli-Parade. Der Film. Ja, Owen. War das jetzt ein Rübser oder bist du traurig? War das jetzt ein Rübser oder bist du traurig?